Spanien. Der Name dieses Landes steht für Sonne, Strand und Meer, großartiges Essen und Weine für Siesta und Fiesta. Aber kennt ihr dieses Bild? Das ist Guernica von Pablo Picasso. Er schuf es als Reaktion auf die Zerstörung der Stadt Guernica im Spanischen Bürgerkrieg. Der Spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 ist ein zentrales Ereignis der spanischen Geschichte, das bis heute seine Narben in Spanien hinterlassen hat. Er spaltet das Land, hinterlässt unzählige Opfer und führt zum Aufstieg von Francisco Franco. Das Mann ist der anschließend bis zu seinem Tod 1975 als Diktator in Spanien herrschen wird. Ihr habt euch ein Video zu dem Thema immer wieder gewünscht. Und wenn ihr die vier Kapitel zu diesem Thema geschaut habt, dann wisst ihr ziemlich viel über den Spanischen Bürgerkrieg. Starten wir mit Kapitel eins, was bisher geschah. Schauen wir auf das Jahr 1936. Spanien ist in mehrfacher Hinsicht zerrissen. Zunächst ist es gesellschaftlich tief gespalten. Auf dem Land herrschen noch alte feudale Strukturen, während die Städte sehr fortschrittlich sind. Die Land- und Industriearbeiter wenden sich in ihrer Enttäuschung und Frust kommunistischen und anarchistischen Bewegungen zu. Die Konservativen und Großgrundbesitzer scheuen Änderungen. Sie wollen lieber am Alten festhalten. Und auch politisch gehen tiefe Gräben durchs Land. Es gibt keine Stabilität. Seit 25 Jahren folgt eine Regierung auf die nächste. Das Land kommt einfach nicht zur Ruhe. Eine vom König unterstützte rechte Militärdiktatur wechselt sich mit einer linken Republik ab. Es folgt eine rechte Mehrheit und jetzt stehen wieder Wahlen an. Neuwahlen nach einem Korruptionsskandal innerhalb der Regierung. Politische Extreme konkurrieren dabei um die Macht. Auf der einen Seite eine Allianz aus konservativen und rechten Parteien, unterstützt von Militärs. Und auf der anderen Seite ein Bündnis aus den zwei großen linken Parteien. Die Position der Kirche mobilisiert außerdem Bürger aus der Mittelschicht für die Konservativen. Sie wollen nicht, dass sich das Alltagsleben, das sehr stark durch die Kirche und kirchliche Feste und Bräuche geprägt ist, zu radikal ändert. Die Linken und Republikaner sehen sich in der Tradition der französischen Revolution und wollen die Trennung von Staat und Kirche. Eine Neuverteilung des Bodens, die Übernahme des Schulwesens durch den Staat und eine Reform des Militärs. Reform des Militärs, das bedeutet für sie ganz klar, die Macht des Militärs muss beschnitten werden. Das Militär müssen wir uns an dieser Stelle deshalb besonders anschauen. Denn es wird im folgenden Krieg die zentrale Rolle spielen. Die meisten Offiziere befürchten, dass sie mit einer republikanischen Regierung viele ihrer Privilegien verlieren werden. Die Militärs wollen stattdessen zu einem mächtigen Staat zurück, in dem das Militär das Sagen hat. Die Oberbefehlshaber ist Francisco Franco. Caudijo wird er von seinen Anhängern genannt, Oberhaupt. Äußerlich fällt er nicht besonders auf, auch Charisma wird ihm nicht nachgesagt. Was ihn aber auszeichnet ist, er hat eine steile Militärkarriere hinter sich und ist knallhart. Und er hat große Ziele mit dem Militär. In dem neuen oder eher alten Staat sollen die traditionellen Werte der in Spanien besonders traditionellen katholischen Kirche gelten. Vor allem linke Ideen, Kommunismus oder Sozialismus sollen keinen Platz haben. Die Offiziere radikalisieren sich immer weiter. Sie sind der Meinung, dass man die bisherigen Fehlentwicklungen zurückdrehen muss. Dass man Spanien von gefährlichen Einflüssen und von gefährlichen Menschen säubern muss. Dass die Armee Spanien retten muss, wenn man so will. Die Fronten in dieser Situation verhärten sich vor der Wahl immer weiter. Die Wahlbeteiligung liegt bei sagenhaften 72,9 Prozent. Und die Wahl führt zu einer linken Mehrheit. In der neuen Regierung sitzen nur gemäßigt republikanische Politiker, also keine radikalen Linken oder Kommunisten. Trotzdem machen die rechten Wahlverlierer mit der Angst vor einer kommunistischen Diktatur Stimmung. Zwischen den beiden Lagern kommt es immer wieder zu brutalen Auseinandersetzungen und Schießereien. Es werden sogar gezielt Menschen ermordet. Das Offizierkorps der Armee bereitet in aller Öffentlichkeit einen Staatsstreich vor. Und damit sind wir auch schon bei Kapitel zwei. Der Putsch beginnt. Der Beginn des Putsches ist für den 18. Juli 1936 noch vor Sonnenaufgang in spanisch Marokko geplant. General Francisco Franco soll hier das Oberkommando über das ihm besonders treue Afrika her übernehmen. Aber es kommt anders. Am Vortag gegen Mittag werden die Aufständischen entdeckt. Sie sehen keine andere Chance und schlagen los. Als General Franco am nächsten Morgen um sechs Uhr per Funk zum Aufstand aufruft, sind schon fast alle Militärbasen in Marokko in der Hand der Putschisten. Die spanische Regierung schätzt die Situation völlig falsch ein und reagiert gelassen. Die Militäreinheiten auf dem Festland halten noch alle zur Regierung. Und auch die Marine ist treu und blockiert mit Schiffen den Übergang von Marokko nach Spanien. Die eher republikanisch eingestellten Arbeiterverbände bitten den Ministerpräsidenten Santiago Casares Quiroga schon um die Herausgabe von Waffen. Was der aber ablehnt. Doch in der Nacht rufen die Gewerkschaften zum Generalstreik und bewaffnen sich eigenmächtig. Die militärischen Garnisonen treten daraufhin auf die Seite der Putschisten über. Und ist der Putsch jetzt erfolgreich oder nicht? Sowohl als auch, muss man sagen. In den ländlichen Regionen übernimmt das Militär die Macht. In den industrialisierten Gegenden und in den großen Städten herrschen die Arbeitermilizen. Bewaffnete Gruppen und die schaffen es, den Aufstand der Soldaten niederzuschlagen. Die Spaltung der spanischen Gesellschaft wird sozusagen auf der Landkarte sichtbar. Nationalistische Rebellen gegen Republikaner und andere linke Gruppierungen. Franco befindet sich in Andalusien und erobert Cordoba, Cadiz und Sevilla. Um den Widerstand zu brechen, werden von den Putschisten Bombenangriffe auf Dörfer befohlen. In den durch die nationalistischen Militärs eroberten Gebieten kommt es zu Massenerschießungen und Massakern an denjenigen, die Widerstand geleistet haben. Erschossen werden vor allem republikanisch, liberal, kommunistisch oder auch sozialistisch Denkende. Republikanische Abgeordnete oder Bürgermeister werden oft gleich getötet, sobald man sie ergreift. Die aufständischen Militärs nutzen die Chance, gegen alle vorzugehen, alle zu vernichten, die nicht in ihr Weltbild passen. Zum Beispiel intellektuelle, feministische oder auch homosexuelle Menschen. Die Aktionen werden als Säuberungen bezeichnet. Ob Franco diese Aktion befohlen hat, das ist nicht klar, aber er schreitet jedenfalls nicht ein. Das klingt jetzt so, als seien auf der einen Seite die bewaffneten Militärs und auf der anderen Seite die waffenlosen Republikaner. Es ist aber so, dass es auch in den republikanisch kontrollierten Gebieten zu Gewaltexzessen kommt. Menschen nutzen aus, dass die Struktur der Polizei zusammengebrochen ist. Sie haben Angst, den gesellschaftlichen Fortschritt der letzten Jahre zu verlieren. Sie wenden sich voller Hass gegen Vertreter der alten Ordnung. Polizisten, Unternehmer, Gutsbesitzer und Pfarrer. 7000 Priester und Mönche werden in republikanischen Gebieten ermordet. Auch unzähligen Nonnen wird Gewalt angetan. Kirchen werden zerstört und vieles mehr. Einfache Bürger werden ermordet, nur weil sie religiös sind. In den von der Republik beherrschten Gebieten ist die Republik zu schwach, Mordaktionen von marodierenden Gruppen zu verhindern. Die Aufständischen sehen weg, wenn in ihrem Gebiet Morde durch Milizen durchgeführt werden. Der Autor George Orwell, der damals als Freiwilliger für die Spanische Republik kämpfte, schreibt, Zum ersten Mal war ich in einer Stadt, in der die arbeitende Klasse im Sattel saß. Die Arbeiter hatten sich praktisch jedes größeren Gebäudes bemächtigt und es mit roten Fahnen behängt. Fast jede Kirche hatte man ausgeräumt und ihre Bilder verbrannt. Hier und dort zerstörten Arbeitertrupps systematisch die Kirchen. Private Autos gab es nicht mehr, sie waren alle requeriert worden. Auf der breiten Hauptstraße der Stadt röhrten Tag und Nacht revolutionäre Lieder aus den Lautsprechern. Von Anfang an achten die beiden Bürgerkriegsparteien darauf, die Bevölkerung in ihrem Machtbereich auf Linie zu bringen. Spanien wird jetzt endgültig in zwei Hälften gespalten. Für die Putschisten oder für die Republik. Dazwischen gibt es nichts. Die Kräfteverhältnisse sind am Anfang, zumindest auf dem Papier, ziemlich gleich. Und es sind unzählige Kräfte mobilisiert, wie ihr gleich sehen werdet. Auf jeder Seite stehen rund 30.000 Soldaten der regulären Armee und noch mal mindestens so viele Milizen des Innenministeriums und der Polizei. Die Luftwaffe und die Marine bleiben mehrheitlich republikanisch. Dazu kommen für die Republik Hunderttausende Milizionäre verschiedener Gruppen. Auf Seiten der Putschisten stellen die 30.000 Mann der marokkanischen Kolonialtruppen und der spanischen fremden Lieder. die wichtigste und mit Abstand schlagkräftigsten Einheiten. Auch auf Seiten der Nationalisten kämpfen mehr als 100.000 Freiwillige. Zwar heißt der Krieg Spanischer Bürgerkrieg und er ist ja auch aus den Konflikten unter den spanischen Bürgern entstanden. Aber so einfach ist das gar nicht. Als wäre das alles eh nicht schon komplex genug, kommt noch was dazu. Entscheidend für den weiteren Verlauf und für den Ausgang ist nämlich Kapitel drei, die Beteiligung des Auslands. Zahlreiche Parteien mischen sich ein. Auf unterschiedlichsten Seiten und mit diversen Interessen. Schon früh bilden andere Länder und Großmächte drei Lager. Die einen unterstützen die Nationalisten, die anderen die Republikaner und die Dritten möchten neutral bleiben. Großbritannien und Frankreich bleiben neutral, versuchen aber dem Konflikt mit Hilfe von Waffenembargos zu bremsen. Großbritannien bringt sogar eine internationale Allianz zusammen, die gegen Spanien ein Waffenembargo verhängt. Da könnte man jetzt meinen, westliche Demokratien könnten doch die Republik gegen die Aufländischen unterstützen. Warum helfen sie der Republik nicht stärker? Naja, die gesellschaftliche Oberklasse in Großbritannien hat Verbindungen zur spanischen Oberschicht. Außerdem fürchtet man, die Volksregierung könnte Eigentum britischer Staatsbürger enteignen. Das würde dann wiederum direkte Auswirkungen auf Großbritannien haben. Auch Frankreich schließt seine Grenzen für Waffenlieferungen und der damalige französische Präsident ruft fünf Monate nach Kriegsbeginn ein Komitee für Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten Spaniens ins Leben. Also, sie mischen sich ein, um sich nicht einzumischen, könnte man sagen. Ziel des Ausschusses soll es sein, die europäischen Großmächte davon abzuhalten, in den Konflikt in Spanien einzugreifen. Und auch wirklich sind sie alle, Frankreich, England, das Deutsche Reich, Italien, die Sowjetunion und 22 weitere Staaten Mitglied. Das Abkommen kommt allerdings zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hat General Franco schon erfolgreiche Verhandlungen geführt. Er ist auf der Suche nach Verstärkung und zwar vor allem von Seiten der beiden faschistischen Diktatoren Hitler und Mussolini. Beide erhoffen sich einen schnellen Sieg der Putschisten und damit eine Veränderung der Machtbalance in ganz Europa. Deshalb schicken sie Geschütze, Panzer und auch Flugzeuge. Sie sollen helfen, die republikanischen Städte zu bombardieren. Außerdem schicken sie Freiwilligenverbände. Das hat nichts, wie der Name vielleicht vermuten lässt, mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu tun und beruht auch nicht komplett auf Freiwilligkeit. Es sind Soldaten getarnt als freiwillige Kämpfer oder sogar als Urlauber. In Wahrheit wird sowohl im Deutschen Reich als auch in Italien groß für den Einsatz in Spanien geworben. Jeder, der sich zum Kriegseinsatz meldet, darf zum Beispiel seine Wehrdienstzeit verkürzen. Auch andere Belohnungen wie Vorzug bei der Jobvergabe oder sogar höherer Lohn werden versprochen. Italien schickt mehr als 70.000 Soldaten mit dem Corpo Truppe Voluntari, einem Chor, dessen freiwillige Arbeitsplätze und Geld in Aufsicht gestellt bekamen. Aus dem Deutschen Reich kommt die sogenannte Legion Condor, einen Luftwaffenverband der deutschen Wehrmacht. Wegen des Nicht-Einmischungskomitees wird der Verband streng geheim aufgebaut und sowohl Franco als auch das Deutsche Reich leugnen seine Existenz bis 1939. Der Angriff auf die Stadt Gernika gilt bis heute als ein Symbol für die Grausamkeit des Luftkrieges gegen Zivilbevölkerung. Am 26. April 1937 verdunkeln zahlreiche Flugzeuge den Himmel über der kleinen baskischen Stadt. Die Warnungen, die jetzt laut werden, kommen zu spät. Es gibt keine Rettung und kein Entkommen mehr. Rund drei Stunden dauern die unnachgiebigen deutsch-italienischen Angriffe und lösen eine gewaltige Feuerbrunst aus. Gernika gibt es danach nicht mehr. Ein Großteil wird zerstört. Viele Zivilisten sterben durch Bomben oder die ihnen folgenden Jagdflugzeuge. Pablo Picasso verewigt in seinem Gemälde die Opfer. Und auch die Sowjetunion hat sich schon eingemischt, indem sie Waffen an die republikanischen Kämpfer liefert. Josef Stalin lässt sich diese Lieferungen übrigens gut bezahlen. Auf jeden Fall hätte die Republik den Bürgerkrieg ohne die sowjetische Hilfe wahrscheinlich noch schneller verloren. Weitere Unterstützung für die Republikaner in Form von Geld und Waffen kommt aus Mexiko. Das sich weigert, sich an das Neutralitätsabkommen zu halten. Und daran merkt ihr schon, es ist eine hochexplosive Mischung, die sich da in Spanien zusammenbraut mit allen Beteiligten. Und die internationale Einmischung ist oft größer, als es öffentlich kommuniziert wird. Es kommen aber auch echte Freiwillige. Vor allem auf Seiten der verteidigenden Republikaner kämpft die internationale Brigade. Müsst ihr euch so vorstellen, viele Freiwillige hoffen, dass in Spanien der Faschismus, der sich in Europa immer weiter ausbreitet, gestoppt wird. George Orwell schreibt in seinem Kriegsbericht auch über diese ärmlichen Truppen. Die Rekruten sind sehr oft zwischen 16 und 20 Jahren alt und meistens mit alten und kaputten Waffen ausgerüstet. Dazu handelt es sich nicht um sportliche Arbeiter, zumindest nicht immer. Auch viele Intellektuelle sind darunter. Übrigens auch ganz interessant. US-amerikanische Freiwilligenverbände sind die ersten Militäreinheiten, in denen Schwarze und Weiße miteinander Dienst leisten. Und jetzt bleibt uns noch Kapitel Nummer vier. Der Verlauf des Bürgerkriegs und seine Folgen. Zu Beginn erobern die Truppen der Putschisten immer größere Teile des Landes. Die schlecht ausgebildeten und schlecht ausgerüsteten Gruppen, die für die Republik kämpfen, sind unterlegen. Aber die sowjetische Hilfe stoppt den Vormarsch. Und nach und nach baut die Republik eine eigene Armee auf. Sie ist bald keine Ansammlung politischer Freiwilliger mehr, sondern eine richtige Armee. Diese Armee kann auch Gegenangriffe auf die Nationalisten führen. Den Ausschlag gibt allerdings die ausländische Unterstützung für Franco durch Mussolini und Hitler, die wir eben ja schon besprochen hatten. Sie helfen auch zivile Ziele anzugreifen. Für Franco sind die zivilen Opfer akzeptabel, denn es geht schließlich um die Reinigung Spaniens. Die moralisch verkommenen Linken und Kommunisten, wie er sagt, müssen geradezu ausradiert werden. Francos Nationalisten kommen bei der Eroberung Spaniens relativ schnell voran. Aber im Sommer 1937 verlegt sich der Anführer auf eine andere Taktik und setzt sich damit auch gegen andere Generäle durch. Er führt einen Zermürbungskrieg, der auf eine längere Dauer angelegt ist. Warum? Naja, zum einen hat er dann die Chance, möglichst viele Gegner auch tatsächlich zu erwischen. Zum anderen kann er in den im Kriegszustand befindlichen Regionen mehr Druck auf die Bevölkerung ausüben und seine Propaganda kann länger wirken. Parallel zum langsamen militärischen Fortschreiten baut Franco die politische Bewegung auf, auf die er sich als Diktator stützen wird und die die ganze Gesellschaft durchdringen soll. Dank der Unterstützung seiner ausländischen Verbündeten ist Franco militärisch stärker als seine Gegner. Er verliert nur drei Schlachten im ganzen Bürgerkrieg. Während die militärische Unterstützung für die Republik im Jahr 1937 immer stärker nachlässt, läuft Francos Nachschub ungehindert weiter. Als die Nationalisten im Herbst 1937 das Baskenland komplett besetzen, verliert die Republik nicht nur 200.000 Soldaten, sondern auch die Kohlebergwerke. Damit sind wichtige Ressourcen weg und der Krieg ist aus eigener Kraft für die Republik nicht mehr zu gewinnen. Für Franco hat dieser Sieg eine ganz besondere Bedeutung. Ihm wird im Anschluss die militärische und politische Führung Spaniens übertragen. Am 1. Oktober 1937 wird er in Burgos zum Generalissimus erhoben. Die internationale Bedeutung wird klar, wenn man sich vor Augen hält, dass auch Diplomaten aus dem Deutschen Reich, Portugal und Italien bei der Zeremonie dabei sind. Als er danach den Balkon des Palastes betritt, jubelt ihm eine Menge zu. In der Rede, die er hält, spricht er vom Umbau des Landes. Er kündigt an, dass er aus dem Land einen totalitären Staat machen soll. Seine Gegner können ahnen, dass für sie nichts Gutes folgt. Im April 1938 teilen Frankos Truppen bei ihrem Vormarsch das Gebiet der Republik in zwei Teile. Dass außerdem 600.000 Menschen in die Republik geflüchtet waren, macht es der Regierung auch nicht einfacher. Trotzdem gelingt es der republikanischen Armee im Sommer und Herbst 1938 eine große Offensive am Fluss Ebro zu starten. Nach anfänglichen Erfolgen entscheidet die Lufthoheit der deutschen und italienischen Luftwaffe auch diese Schlacht für General Franco. Der Rest des Landes wird dann schnell erobert und am 1. April 1939 erklärt Frankos den Krieg für beendet. Als grausame Bilanz des Krieges bleibt zwischen 200.000 und 500.000 Tote. Nach dem Krieg gehen etwa 200.000 Spanier dauerhaft ins Exil. Es folgt aber keinesfalls ein echter Frieden. Wie Franco schon 1937 angekündigt hat, errichtet er in Spanien einen totalitären Staat. Die Säuberungen gehen vor allem in der Anfangszeit der Diktatur weiter. Andersdenkende werden verfolgt. Als Franco dann 1975 stirbt, sorgt sein Nachfolger König Juan Carlos dafür, dass das Land wieder zu einer Demokratie werden kann und das Frieden einkehrt. Erst seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich das mittlerweile demokratische Spanien intensiv mit dem Bürgerkrieg und der Wahrheit über die Verbrechen. Noch heute sucht man nach Massengräbern, um wirklich alle Opfer zu finden, die vor allem den Frankisten zum Opfer fielen. Und noch heute sind die Gräben zwischen den unterschiedlichen Lagern spürbar. Nicht nur beim Katalonienkonflikt. Manche meinen, der Bürgerkrieg wurde bis heute nicht vollständig aufgearbeitet und auch nicht die Herrschaft Frankos. Als sein Leichnam 2019 aus einer monumentalen Gedenkstätte auf einen einfachen Madrider Friedhof verlegt werden sollte, war das nochmal Gegenstand politischer Diskussionen. Außerdem muss man sagen, gibt es immer noch Denkmäler von ihm im Land und Straßen sind nach Franco benannt. Was denkt ihr darüber? Schreibt's gerne unten in die Kommentare, ein Thema, das uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird. Und hier neben mir findet ihr das Video über Franco, das ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Und direkt darunter ein Video von Terra X zu der Frage, was Franco eigentlich mit dem Katalonienkonflikt zu tun hat. Wir haben es eben kurz angeschnitten. In dem Video geht es nochmal im Detail darum. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.